So, es ist heute der 24.12., so circa 1 Uhr und ich sitze immer noch in unserem Büro, in meinem Büro, wie auch immer im Seniorenbüro für Wolfsburg, was ich mal so gedacht habe oder gesagt habe. Ich mache jetzt diese Ansprache für meine Freunde, für die Gleichgesinnten, die mir sympathisch sind, denen ich sympathisch bin, ja, meinen Nächsten, meinem sozialen Umfeld an die Sozialgenossenschaft in Gründung Wolfsburg aktiv und an den Vereinen miteinander füreinander da sein. Die Satzungen kennt jeder, mich kennt jeder, der hier mit im Verein ist und auch in der Genossenschaft und ja, ich habe jetzt rückblickend auf die letzten Jahre seit 2015, als ich mit Freunden in Anführungsstrichen den Verein Miteinander füreinander da sein gegründet und am 26.06. auch wiederum mit Freunden die Sozialgenossenschaft Wolfsburg aktiv. Das Miteinander füreinander da sein, das möchte ich leben und dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, das haben schon viele mitbekommen, dass ich ein extrovertierter und ein vielredner und ein emotionaler Mensch bin, das ist vielleicht der linken Hand geschüttelt oder die rechte Hörnhälfte, hat etwas auch mit Kreativität zu tun. Ich kann schon auf den Punkt kommen, ich kann auch Geschäftspläne schreiben und auch Finanzpläne, dafür reicht mein kaufmännischer Sachverstand aus. Ich möchte jetzt auf den Punkt kommen, ich habe schon viel über Kunsthilfs erzählt, womit man eben halt eine Einnahme machen kann. Ich möchte den Weg jetzt nicht genau und den steuerlichen Vorteil und etc. schreiben. Ich habe das Ehrenamt beschrieben, ich habe den Online-Shop Isst sich gesund, Wolfsburger Markthalle beschrieben. Ich habe, ich muss immer sagen, ich den digitalen Stammtisch so ins Leben gerufen, habe hier schon fast 4000 Euro von der Bürgerstiftung der Sparkasse bekommen. Und ich habe die Idee für die Selbsthilfegruppe, also von Depressionen, Adipositas, Krebs, Arthrose, Osteoporose etc. Auch schon beredet mit denjenigen, die mich hier kennen, in meinem sozialen Umfeld doch relativ nah bei mir sind. Und ich habe viele andere Gedanken, wie jetzt zum Beispiel Seniorenreisen oder auch mit dem Wolfsburger Forum, dass man da eben halt auch seine Zwecke dann auch kommunizieren kann, das, was man will, die Bedarfe. Das Steuerrechtliche über Spenden habe ich auch schon kommuniziert in der Gemeinschaft. Ja, ich habe gemerkt, dass die eigenen Mitglieder nichts spenden oder nur nach schwerem Aufruf. Und ich habe ja noch diese alte Mitgliederbeitragssatzung drin gehabt für einen Euro pro Monat. Das haben einige auch so ausgenutzt und gedacht, mehr müssten sie nicht bezahlen. Für mich ist das so, in dem Sinne auch keine Sozialgemeinschaft und keine solidarische Gemeinschaft. Und auch so dieses genannte Entwicklungszentrum für innovative Seniorenarbeit, ja, das scheine im Moment ich selbst zu sein. Aber es soll sich jetzt 2021 ändern. Vielleicht war ich auch in der Vergangenheit zu schwach, vielleicht habe ich zu viel geredet. Man gibt ja immer sich selbst die Schuld. Jeder hat seine Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ich fotografiere ganz gerne, aber bisher hängt noch nicht ein einziges Bild hier. Die Idee mit dem Ist-Dich-Gesund, mit den Kräutern und Gewürzen, Essig und Ölen, Kaffee und Tees und Obst und Gemüse in Demeter-Qualität, das ist eigentlich eine gute Sache. Auch der digitale Stammtisch. In der heutigen Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, der Parathetische hat dichtgemacht und führt im Moment keine Selbsthilfegruppen durch. Ja, da kommt so ein digitaler Stammtisch doch wirklich in Frage. Online eine Beratung, eine Gesundheitsberatung. Da kommt auch online Selbsthilfegruppen. Darüber könnte man sich auch vernetzen. Und das meine ich, wir müssen jetzt als Gemeinschaft auftreten, wir müssen das Miteinander-Füreinander-Dasein leben. Ich mache jetzt bewusst die Ansprache am 24.12., damit ich wirklich verstanden werde. Eine Idee zu haben, ist die eine Sache. Aber die Idee umzusetzen, beziehungsweise zu planen, entscheiden, das richtige Personal, die richtigen Menschen, in Anführungsstrichen, zu finden, zu haben, an der Seite, ist sehr schwer. Wenn Menschen dir nicht vertrauen, wenn Menschen nicht an dich glauben, wenn sie nicht hoffen, dass es irgendwas wird, dann ist das eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich bin ein Mensch, der das auch gerne umsetzen möchte, in der Realität. Und ich brauche Gemeinschaft. Und ich persönlich möchte Gemeinschaft leben. Ich möchte Gemeinschaft so auch verstehen. Und das ist auch kein Vorwurf. Vielleicht doch. Sondern ich habe jetzt mich entschieden, für nächstes Jahr den Online-Shop zu starten. Das Projekt Kunsthilft, den Senioreneinkaufsring, auch das mit Lohnsteuerhilfeverein, für den Verein Vermittlungsgeschäften über Reisen. Alte Menschen, die noch mobil sind, möchten reisen. Einige müssen Steuern bezahlen, Lohnsteuerhilfeverein. Wir können hier eine Werbegemeinschaft mit dem Wolfsburger Forum. Ich schreibe unheimlich gerne. Ich rede gerne. Wir können Videokonferenzen, Vorträge, Schulungen, Bildung machen. Und das ist mein Ernst. Ich hänge an diesem Bahnhof seit zehn Jahren. Und ich werde alles dafür tun, dass der Geschäftsplan darauf ausgerichtet ist. Ich muss aber in einem echten Geschäftsplan Personen angeben. Ich muss einen Finanzplan erstellen. Und das geht nur, wenn ich auch Menschen an meiner Seite habe. Der Online-Shop, der kommt. Das Büro braucht der Verein nicht bezahlen. Das bezahle ich komplett allein. Ich übernehme jetzt auch den kompletten Strom und alle betrieblichen Nebenkosten. Und jetzt hängt es auch davon ab, mache ich den Online-Shop ganz alleine, ohne den Verein, wenn ich das alles bezahle und alles machen muss. Oder machen wir das als Gemeinschaft, als Einstieg? Glauben wir daran, die normalen Läden werden hier verschwinden, immer weniger werden. Online-Shop, ja. Ja, gesundes Essen, gesunde Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Kaffee, Tees, Kräuter, Gewürze, Essig, Öle. Ja, das ist die Zukunft. Eine Gesundheitsberatung. Dementsprechend kann man seine Produkte verkaufen, auch auf dem Markt. Die Ideen sind gut. Aber es ist niemand an meiner Seite. Und das ist keine Beschwerde. Das wird sich ändern. Und die Sozialgenossenschaft heißt Wolfsburg-Aktiv. Und dementsprechend wird das Wolfsburg-Aktiv auch gelebt. Und hier fängt es auch letztendlich an, das Leben und der Umbau. Hier wird eine Trennwand kommen. Hier werden Regale an die Wand gesetzt. Und hier wird der Raum geteilt. So. Und im Januar wird umgebaut. Und im Februar wird umgesetzt. Jetzt meine Bitte. Ich suche die Menschen an meiner Seite, denen ich und die mir sympathisch sind. Und die auch denken und wissen, dass wir zusammen einen gegenseitigen Nutzen haben. Eine Gruppe, ein Lagerfeuer, einen Ort. Und wir wissen, oder ich habe es schon kommuniziert, das Ganze hier kostet monatlich 600 Euro. Und ich möchte eine Gemeinschaft von 30 Personen haben, wo jeder einen monatlichen Beitrag von 10 Euro bezahlt. Und ich möchte, dass jeder eine Stunde Zeit opfert im Monat. Und dass man sich regelmäßig einmal im Monat oder im Quartal auch wirklich trifft. Auch in dieser Zeit Corona per Videokonferenz. Und das ist mir persönlich unheimlich wichtig. Ich werde jetzt den Geschäftsplan schreiben. Ich werde das mit dem Bahnhof alles explizit vorbereiten. Auch mit dem Online-Shop Kunsthilft. Die Projekte werde ich auf einer Seite beschreiben. Und dann bekommt jeder diesen Geschäftsplan. Da muss entschieden werden, wer mitmacht und wer nicht mitmacht. Und darum bitte ich, am 31.01. möchte ich eine funktionierende Gemeinschaft haben, die den Geschäftsplan trägt, die die Finanzierung. Ich werde Investoren finden und ich werde Betreiber finden, beziehungsweise Betreiber haben wir schon und auch 1, 2 Investoren. Ich möchte in Kooperation ein Quartier aufbauen und möglichst am Bahnhof ein Boardinghaus, ein Büro-Boarding entwickeln. Gemeinsam mit meinen Freunden. Und wer das so nicht sieht oder ein neutraler Mensch ist oder wegrennt, dann ist das so. Ich brauche jetzt die Unterstützung, die ich fast sieben Jahre gesucht habe. Mein Vater war alter Lateiner, der hat gesagt Silenzium. Das heißt Schluss. Und genau das möchte ich auch hier an dieser Stelle kommunizieren. Ich bin am Ende der Veranstaltungen gelangt. Ich kann jetzt einfordern, Freundschaften. Das kann man nicht erzwingen. Sondern ich möchte auch, dass keiner mehr irgendwie abwartet. Und rennt da gegen die Wand, funktioniert das, was er sagt. Ich habe den Eindruck, dass einige Menschen an meiner Seite nicht an mich glauben. Anderen Interessen nachgehen oder sagen, naja, warten wir mal ab. Wenn der Erfolg ist, dann bin ich mit dabei. Das möchte ich so in der Art und Weise nicht haben. Ich brauche echte Freunde. Und ein Fahrstuhl hat sechs, sieben, acht Stränge. Wenn ein Strang reißt oder nicht funktioniert, dann halten die anderen fest. Raiffeisen hat gesagt, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Wir bitte um Unterstützung. Danke.